Küsse, Flüche, Beleidigungen und gefährliches Halbwissen. Schon beim Start der vierten Staffel von Wer stiehlt mir die Show? gab es von und für alle Beteiligten voll auf die zwölf. Am Ende feierte einer mit und dank hochprozentigem, als der Finalgegner noch Höllenqualen litt. Da bin ich wieder, musste Joko Winterscheid im Opening von der ProSieben-Sendung Wer stiehlt mir die Show? krechzen, denn seine normale Stimme kam gegen das tobende Saalpublikum, übrigens 432 Menschen, das sollte später noch wichtig werden, nicht an. Das Publikum, auch das an den Bildschirmen, hat die innovative Show, im August wird's den Grimme-Preis geben, und deren einzig wahren und wahrhaften Moderator Joko seit Februar hörbar vermisst. Dass eigentlich schon nach 15 Minuten der ersten Folge ein Auftakterfolg zu konstatieren war, lag auch an den neuen Kandidaten. Schauspielerin Nielam Faroku, Schauspieler Fahyadim und vor allem Alles-und-Nichts-Künstler Olli Schulz, Podcaster, Songwriter, Schauspieler, Moderator, gingen misstrauisch, aber schicksalsergeben die Aufgabe an, De Gret Winterscheid möglichst in den nächsten fünf Wochen wenigstens einmal die Show zu mopsen. Handgemenge zwischen Olli Schulz und Fahyadim Punkt Während sich Nielam Faroku hübbelig vor den Aufgaben und dem Blamieren fürchtete, versuchten sich die Alphamännchen Olli und Fahyadim zunächst einmal gegenseitig wegzubeißen. Ich wollte den Titel Deutschlands dümmster Promi, warf sich Olli Schulz in die Brust, und jetzt macht er da auch mit. Tatortstar Fahyadim wiederum raunzte zurück, ich hasse euch schon den ganzen Abend. Punkt Olli Schulz hatte sich wohl viel vorgenommen und drohte, bete, dass ich nicht gewinne. Und er war auch sehr engagiert, bezichtigte den Moderator dreiste Lüge, du bist falsch. Du bist ein verlogener Fernsehmoderator. Menschlich wusste Olli also durchaus zu punkten. Auch war es süß, wie er dem Willkart-Non-Promi aus dem Publikum eine, richtige, Lösung einflüsterte. Das brachte der 26-jährigen Lena einen Punkt und Jadim in Rage Doppelpunkt Punkt das hat er vorgesagt. Das Einsagefaul blieb ungeahndet, ebenso wie das folgende Handgemenge zwischen Schulz und Jadim. Die Aufregung war unbegründet, Lena schied nach vier Fragekategorien als Punktschwächste aus. Schmatzer für Jokio Winterscheid.Nilam Faroku rutschte unter dem Radar Richtung nächste Runde, während sich Olli und Fahyadim weiter behagten. Etwa, als es darum ging, bei Punktgleichstand zu entscheiden, wer die Siegermünze erhalte. Armdrücken, forderte Olli selbstbewusst ein, Fahy konterte lächelnd Doppelpunkt Punkt Bimmelvergleich, da gewinne ich garantiert. Punkt ein bisschen unerwartet kam es dann nicht zum Showdown der Testosteron-Böhm-Bärchen um den Finaleinzug. Denn Olli Schulz ging nach laschem Beginn und strammer Aufholjagd vor allem in der chaotischen Kategorie 7 wissensechnisch die Luft aus. In ein kleines Quizchen schneller packte Joko eine komplette WSMDS-Show, nur im Zeitraffer, in acht stramme Fragen. Damit war Olli überfordert und musste gehen. Er tat es unter dem frenetischen Jubel des Publikums, weil er Joko zum Abschied astrein auf den Mund küsste. Nilam Faroku duellierte sich mit Fahyadim um den Einzug in die Schlussrunde gegen Jokyo. Da habe ich doch prompt, da die Antwort vergessen zeigten sich beide vom Lückentext in der Frakes-Show gleichermaßen überfordert, nur je drei Punkte, sodass es erneut zu einer Stechfrage kam. Fahyadim war mit seiner Schätzung der Publikumszahl, 400, näher an der Wahrheit, 432, als Nilam, 388. Sein Finalglück wollte er nicht wirklich fassen, ach nö, nicht dein Ernst. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr.